ein schaf schaf ist natürlich kein zweier klar doch da vorne sogar zwei drei oh da haben wir den creeper So, das hier wird unsere erste, kleine, notdürftige Verhausung, aus der wir gleich nochmal ein bisschen Kohlerus geraten können. Das ist doch echt gemütlich hier. So, was wollen wir bauen? Natürlich ein Bett. So, Stein haben wir auch genug, dann bauen wir uns ein Rot rein. Den hier auch gleich mal einstellen, zack zack, dann können wir da schon mal ein bisschen was an Eisen herstellen. So, eben einen Schluck Kaffee getrunken. Kohle, rausgraben, vielleicht brauchen wir das Bett gar nicht, wenn wir hier die ganze Zeit am Graben sind. Ja, das ist draußen wahrscheinlich schon wieder hell, wenn wir wieder rauskommen. Das heißt, als harter Bergbauer ist einem Tag und Nacht der Außenwelt nicht bekannt. Oh. Aha. Das ist ja auch schick hier. Ähm. Baue ich gerade mal zu. So, wir stellen uns einfach mal das Bett hier hin, legen und schlafen. Gute Nacht. Da wäre ja morgen. So, das Bett packen wir wieder ein. Eisen ist fertig, Schmiedekunst. Oh yeah. So. Das Fleisch mal eben durchbraten. Ich muss hier mal eben ein bisschen Ordnung schaffen, das geht ja sonst gar nicht. So, so, so. Die machen wir noch eben zu Ende. Können wir uns eigentlich auch schon mal... Ne, lassen wir das nochmal. So. Das packe ich schon mal wieder ein. Hopp, 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 hopp. Jo. Sehr schön. Ein braunes Schaf, ein totes braunes Schaf und wir haben braune Wolle. Ja. So, da haben wir schon. Ah ja. Da fangen wir hier ein bisschen Hühnchen weg. Chicken Wings. Ah. Hups. Komm, die Kürbisse da drüben nehmen wir auch mal mit. Das ist Play. Ja. So. Ein bisschen davon was kann man hier nochmal mitnehmen. Das reicht jetzt auch erstmal fürs Erste. Machen wir jetzt nur gerade so Grundversorgung, ne. Kürbisse. Womit kann man die eigentlich am besten... Ich glaube mit der Hand ist glaube ich am effektivsten, weil man da keins von seinen Werkzeugen verbraucht. Jo. Was natürlich auch witzig wäre oder eine Idee wäre, was man machen könnte, dass wir uns hier einfach so eine Ebene nehmen und versuchen da ein wenig, ähm, naja, was heißt Vegetation... Oh, Pferde, Pferde. Sehr schön, Pferde. Wollen wir gleich mal... Kann man das so zähmen? Mit der Hand war das, ne. Das ist ja cool, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, da hinten ist so ein... Ein schwarz, ist das schwarz willig. Oder braun? Braun-weiß. Nehmen wir den. Naja, komm, wir nehmen hier den ganz braun. Der sieht doch schick aus. Komm her. Ha, aber abgeworfen. Kommen wir hin? Ne. Immer noch nicht. Na? Na? Ne. Den zähmen wir uns. Er will nicht. Das ging doch so, oder? Dass man einfach... Uh. Ein PC-Dorf. Und Pferde. Ich glaube, wir bauen uns hier in der Nähe einfach mal was auf. Hier ist, glaube ich, mal ganz schick. Da haben wir auch noch hier eine Höhle mit drin. Ähm. Was ich noch sagen wollte, dass man ja... Sich diese Ebene nehmen kann. Und so wie hier dann ein paar Bäume dahin pflanzt. So ein bisschen waldmäßiger macht. Weil so eine Ebene ist ja nicht gerade sehr schön. Ähm. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Dann halten wir... Erstmal nochmal in dem NPC-Dorf angucken, was wir da so finden. Mensch, gibt's so viele Pferde. Da haben wir ja die Qual der Wahl. Da stehen noch welche in der Stadt. Und die Stadt ist so ein bisschen überflutet. Aber das ist ja auch cool. Oh, moin. Hm. So. He. Das ist ja witzig hier. Oh, die Kollegen da. Da hab ich ja nicht viel gesetzt. Da hab ich ja auch nix. So. Hallo. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Moin. So. Gibt es hier was zu holen? Das sieht da drüben aus wie eine Schmiede. Da werden wir mal hingehen. Gucken wir mal, was wir da so finden. Ähm. Weizen. So. Gibt es hier was zu holen? Die können wir auch direkt mal mitnehmen. Hier haben wir noch. Okay. Die kloppen wir einfach mal weg. Die nehmen wir jetzt mal mit. Kann man ja auch immer mal gebrauchen. So. Mitgenommen. Mitgenommen. Dann werden wir jetzt einfach mal hier in die Schmiede gehen. Gold Horse Armor. Noch nicht mal auf Deutsch. Aber das nehmen wir jetzt mal. Und eine Rüstung haben wir schon. Jo. Schick. Gut. Dann machen wir erstmal hier den ersten Break für diese Runde. Das waren jetzt sozusagen erstmal die Grundlagen für das Überleben. Das nackte Überleben im Hardcore Mode. Ich werde jetzt nach draußen gehen. Das Wetter ist schön. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss. So. Die kleine Sommerpause ist vorbei. Und wir starten mit Aufnahme. Runde 2. Wobei die erste Aufnahme natürlich ein bisschen kurz war. Bedingt durch das schöne Wetter. Man kann ja das schöne Wetter nicht. Ähm. Oder man kann ja nicht zu Hause sitzen, wenn draußen das Wetter so schön ist. So. Wir starten hier in unserem Hardcore Mode. Einmal kurz das Inventar checken. Wir haben einen Helm und eine Hose aus Eisen. Mh. Wir haben sogar schon eine Gold Horse Armor. Aber wir haben kein Hose. Ähm. Tja. Wie ihr hört haben wir auch eine kleine Hintergrund Musik Untermalung. Ähm. Habe ich letzt mal vergessen. Ist vielleicht nicht ganz so atmosphärisch gewesen. Nun denn. So. Womit machen wir denn jetzt weiter? Tja. Auf der Agenda steht ein Zwei-Etagen-Haus mit natürlich Keller. Mit Zaubertisch und allem weiteren was dazugehört. Vielleicht noch eine kleine Schmiede mit rein. Oder das machen wir extra. Das weiß ich jetzt noch nicht. Eine Plantage und Stelle für die Tiere. Also eine Farm sozusagen. Untergrundportal brauchen wir. Keller habe ich den schon erwähnt für unser Haus. Ja. Bestimmt. Und ein Lager wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir gucken uns jetzt einfach mal hier was aus. Ich denke es wäre ganz schlau wenn wir hier einfach mal irgendwo uns etwas aufbauen. Oh. Esel. 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 So. Wir gucken einfach mal. Haben wir ja letzt mal schon auf der Suche wo wir uns denn hier niederlassen. Ich würde vorschlagen wir machen das hier in der Nähe vom Dorf. Obwohl so ein Dorf natürlich auch schnell langweilig werden kann. Ähm. Ein Pferd mitnehmen wäre glaube ich eine ganz gute Idee. Da habe ich jetzt letztes Mal ja schon versucht eins zu zähmen. Versuchen es nochmal. Ja. Wirf mich ab. Und nochmal. Es ging doch so oder? Dass man sich einfach mal draufsetzen kann. Ich weiß es auch nicht genau. Oh. Hier zum Karot sieht gerade in den Bauch nochmal mit. Na. Ich will nicht. Nimm uns mit. Na. Wir haben. Das Pferd. Gezähmt. Mit. Mit. Einer Armor. Ja. Fehlt nur noch. Äh. Fällt mir gerade ein. Irgendwie. Ne. Leine. Oder so. Wir können gerade irgendwie nicht. Das Pferd. Das Pferd.